Was geht ab, meine Nachfriesen? Mein Name ist Sofian. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Wir haben viele, viele Thematiken, die an Informationen sich angesammelt haben. Und ich würde einfach sagen, wir behalten das Gerede kurz und gehen sofort rein in die Hip-Hop-Welt. Let's go! Fangen wir damit an, dass die Situation um Manuelsen, Roos, Farid, Sinan, G sich etwas geändert hat. Die ganze Situation wird explizit in dem neuen Podcast von Manuelsen erklärt. Und ich würde genau deswegen sagen, schauen wir da als erstes rein. Ich habe was gemacht im Internet, was die meisten so nicht von mir gedacht haben. Ich habe es schon angeteast vorher. Was denn? Ich habe den Leuten offiziell klargemacht, ich habe kein Problem mit keinem. Okay. Fast keinem. Okay. Ich habe kein Problem, Fehler einzugestehen. Okay. Ich habe kein Problem mit Feinden Frieden zu machen, weil Frieden machen wir mit Feinden, nicht mit Freunden. Okay. Mischek? Okay. Wir haben das Kriegsball begraben mit den Black Brothers. Wir haben sogar das Kriegsball begraben mit George TV. George TV ist verrückt. Da muss ich auch sagen, da verstehe ich auch, dass der ein oder andere echt so einen gewissen Abfuck auf die Person hat, weil er findet halt einfach wirklich Geschichten. Also es ist nicht mal, dass er Theorien aufgreift oder sowas und das klar kennzeichnet, dass er hier über eine Theorie redet, sondern das tatsächlich als eine Schlagzeile, die aktuell passiert ist, verkauft und das natürlich für Trouble sorgen kann. Und wenn man den Kanal kennt, aber auch weiß, für was dieser Kanal steht, dann sollte man, wenn man wirklich auf echte Informationen, auf das, was wirklich passiert ist, zugreifen möchte, dann guckt man sich den nicht an. Aber so eine heftige Schlagzeile wird halt immer Klicks machen können. Das ist halt das Problem. Wir haben das Kriegsball begraben mit, eigentlich mit fast allen. Nur manche haben darauf in der Öffentlichkeit nicht reagiert, aber ich betone nochmals hier in diesem Podcast, auch wenn wir es so läppsch und so entertainmenthaft ein bisschen rübergebracht haben, aber es ist im Grunde genommen mein Ernst. Okay? Ich habe kein Problem mit niemandem. Ich möchte keinen Streit mit niemandem. und ich bin nicht aus Aufparlhaber. Ich bin nicht aus Aufparlhaber. Gar nicht. Okay? Ich habe zugegeben, dass ich ein aufbrausendes Gemüt habe. Das wissen die meisten Leute schon. Ich habe ein aufbrausendes Gemüt nur, was die meisten Leute nicht wissen. Und das lag teils an der Berichterstattung, dass die Leute zwar darüber berichten, dass Manuel ausgerastet ist, aber nie darüber berichtet haben. Warum? Okay. Warum? Wenn deine Familie, deine Hautfarbe, deine Dings beleidigt wird, rastest du aus. Das ist vollkommen legitim. 100 Prozent. Es sei denn, du bist ein Roboter wie manch andere Leute, denen das scheißegal ist. Wenn du ein inhaltsloser Mensch bist, wenn du einfach nur noch ein Roboter bist, dann macht dir das natürlich nichts aus. Aber wir sind nicht von diesen Leuten. Wir sind echte Leute. Okay? So. Und Sepan Rabeh, Ruz hat das Friedensangebot angenommen. Okay. Schön. Da muss man nochmal einen herzlichen Dank ansprechen an den Bre Abu Intellektueller. Okay. Und an den Bre Mok auch. 100 Prozent. Tarkan Rabeh, schöne Grüße nach Türkei. Schöne Grüße nach Türkei. Ja, ich hoffe für die beiden Parteien, ähm, das ist nicht dieses, ähm, provisorische war. Also so, dieses, ja ne, ihr versteht schon, dieses mit Augenzwinkern, Habibi dies, Habibi das, aber da innerlich ist noch was dagegen, diese Person. Sondern das ist wirklich so dieses, ja ne, komm. Wir sind erwachsen. Von der Situation oder von der Feindsituation profitiert keiner von uns. Wir schaden uns nur, ne? Lieber zusammen als gegeneinander. Und das ist echtes, echtes Vertragen, ne? Echtes Vertragen. Nicht dieses TikTok-Rer, sagen wir mal so, wo am nächsten Tag wieder beleidigt wird. Ich glaube, das wünsche ich den beiden. Weil am Ende des Tages kriegt man dadurch ja nur Kopfschmerzen. Äh, guter Mann. Haben sich eingesetzt dafür. Äh, darf ich ganz kurz fragen, wie kam das zuerstande? Äh, Abu Intellektueller hat mich angeschrieben. Nach diesem Stream gestern. Also nach diesem TikTok-Stream, wo ich gesagt habe, ey, ich hab mit niemandem was. Hat Abu Intellektueller, äh, hat Abu Intellektueller Ella mich angeschrieben, hat gesagt, ähm, ey, der Bruce nimmt das an. So, der hat auch keinen Bock auf Streit. So, wenn ihr wollt, dann poste ich kurz eine Story, markiere euch beide, dann repostet das und dann ist gut. Ich so, kein Problem, kein Problem, Alter, das ist doch kein Problem. Ich hab kein Ego. Kein besonderes zumindest. Ein bisschen, ja. Ein bisschen Ego haben wir alle. Aber jetzt kein Ego, was mir im Weg steht, wenn ich Frieden machen kann. Dieses Ego hab ich nicht. Ich sag mal so, wär vielleicht besser doch gewesen, wenn man angerufen hätte, egal welcher von beiden, und einfach auch geredet hätte, weißt du. Aber ich glaub, da gibt es gewisse Sachen, wo beide sich wahrscheinlich nie aufeinander kommen werden, wo sich beide nie einigen werden. Der eine wird sagen, ich hab so gemacht und ich fand das richtig und der andere wird immer noch sagen, ich hab so gemacht und ich fand das richtig. Was aber nicht ein Grund sein muss, dass man verstritten bleibt. Das muss jetzt kein Grund sein, dass man sich gegenseitig hasst. So. Das ist jetzt aber auch nicht, Frieden heißt nicht Freunde. Versteht ihr? Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich denke, die wollten zwischen Frieden, Ruhe, so. Sind die jetzt, glaub ich, Freunde wieder? Nein, das glaub ich jetzt nicht. Und ich hab auch nicht dieses Ego, wenn ich einen Fehler gemacht hab, zu sagen, ja, ich hab Fehler gemacht. Dieses Ego hab ich nicht. Ich hab dieses Ego, Beleidigung meiner Familie oder meiner Ethnie oder meiner Herkunft oder sonst irgendwelche respektlosen Sachen auf mir sitzen zu lassen, dieses Ego hab ich leider. Ist doch legitim. Das ist, ja, normalerweise, gut, wenn du es nicht hättest, dann könntest du das so an dir vorbeilaufen lassen. Ja. Aber wir sind wer wir sind, Bruder, ich kann nichts dafür. Das ist es, mein Bruder. Okay? Vielleicht lerne ich es eines Tages, aber vielleicht auch nicht. Okay? Äh, gesagt, getan und damit, äh, kann die Sache acta gelegt werden, finde ich und ich hoffe nicht, die Gegenseite auch. Also können wir hier im Blogcast freundlich, mit, also mit reinem Herzen und ehrlich sagen, schöne Grüße an die Roosevelt Community. Team. Schöne Grüße an Rus, von hier aus. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ihr euch schon sehr, sehr lange kennt. Sehr lange. Wie lange, wenn ich fragen darf? 20 Jahre? 20 Jahre? 20 Jahre? 20 Jahre? Sicherheit? Schöne Grüße an Rus? Ja, 100 Prozent. Ist doch nichts gewesen, ja, ist doch nichts gewesen, ja, ist doch nichts gewesen, ja, ja, habib, ja, ist doch nichts gewesen. Ich habe meine Punkte gehabt, okay, die mich gestört haben an seiner Berichterstattung. Er hat seine Punkte gehabt, die, äh, die ihn gestört haben an meiner Person oder wie ich mich geäußert habe oder die Entscheidungen, die ich getroffen habe oder wie ich sie, oder wie ich sie getroffen habe. Kein Problem. Kein Problem. Kann jeder haben, was er will. Er und ich. Und auch die anderen, auch die Leute draußen können auch denken, was sie wollen. Das ist der hier recht, die sollen denken, was sie wollen. Ne? Aber, dieses Ego, was mir sehr oft nachgesagt wird, nicht aufeinander zuzugehen, auch, wenn man vielleicht jetzt nicht beste Freunde ist oder man nichts davon hat, okay? Man muss ja nicht, man muss ja für Frieden nicht immer was, was davon haben. Manchmal ist es einfach nur Peace of Mind. Was ich meine? Und das ist sehr wichtig. Generell, Peaceful sein, Peace. Und dementsprechend, sie kennen sich auch alle sehr, sehr lange. Wäre schade am Ende, wenn man diese Welt verlassen würde mit Hass gegenüber anderen Menschen. Ziel sollte immer sein, dass wenn du irgendwann, und man weiß nie, wann der Tag kommt, diese Dünja verlässt, dass du mit einem schönen Herzen diese Welt verlässt, nicht mit einem verhassten Herzen. Dann wird hier nochmal die Farid-Thematik angesprochen, die ich auch nochmal interessant finde und die ziehen wir uns nochmal rein. Und zwar dieses Thema Farid Bang. Und zwar wird es nach außen so dargestellt, als ob du irgendwas geleakt hättest und irgendwie eine Feindlichkeit zwischen euch ist und als ob da irgendwas in der Luft wäre. Hast du irgendein Problem mit Farid? Besteht da irgendwas? Guck mal, ich kenne Farid lange, ihr wart auch lang genug unterwegs. Jermit William, Zeiten, das weiß jeder. So, ich kenne Farid lange, wir waren ein bisschen unterwegs und wir haben auch gemeinsame Freunde hier in NRW, das ist auch kein Geheimnis und das Ding ist, aber aus irgendeinem Grund, er hat so getan, als ob es mich nicht gibt, dann habe ich mich auch nicht weiter mit ihm so beschäftigt, aber nicht mal so böswillig. Ja. Nicht mal böswillig, er hat sein Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht und man muss auch nicht jeder immer alles machen. Weißt du? Und das war auch okay so. Ich habe gar nichts gegen ihn. Und dass dieses Ding an die Öffentlichkeit gegangen ist, ist, weil, guck mal, ich kann darüber gar nicht so reden, ohne dass ich irgendwen jetzt wieder in die Misere haue oder so. Ich habe einfach zu Mock gesagt, ich meine so, ey, guck mal, da steht so was komisches im Raum, so chill erstmal, warte erstmal ab. Weißt du, was ich meine? Das ist ein hässlicher Vorwurf. Vorwurf. Ist auch ein privates Ding gewesen. Privates Ding gewesen. Jetzt ist das irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen, dies, das, weshalb auch immer, dies, das, scheiß da drauf. Okay? So. Mock hat auch gesagt, der Mann so, ey, Manuel, kann nichts dafür, weil dem Wurter was Falsches erzählt, dies, das. Ich habe es ja nicht in die Öffentlichkeit getragen. In die Öffentlichkeit ist es irgendwie anders gekommen, I don't know. Man darf auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, wurden uns ja auch 10.000 Geschichten erzählt. 10.000, es werden jeden Tag 10.000 Geschichten erzählt. Weißt du, was ich meine? So. Down, wenn ich von jemandem den Downfall will, dann setze ich mich hier hin und wenn ich irgendwas habe, weswegen das so sein sollte, dann, dann, gib ihm 100% recht, als ich, das habe ich auch letztens in dem Video selber gesagt, das ist eine weirde Situation, denn es ist eine Information, die er selber nicht nach außen getragen hat, sondern die wieder für ihn ohne sein Einverständnis nach außen getragen wurde von Mock. Ich weiß, so. Mock hat das Ding als Instagram Story gepostet, das haben wir ja selber in dem Video behandelt, so, und hat das dann angesprochen, dass Manuel Welsen ihm sowas erzählt hat in der Art, so nach dem Motto, lass erstmal die Finger davon. So. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist immer, man muss eine Sache in Deutschland realisieren, das, was du sagst, selbst privat, kann immer die Runde machen. Das heißt, wenn ich sage, ey, lass mal die Finger davon, der eine ruft den anderen an, ey, lass mal die Finger davon, der eine ruft den anderen ein, lass mal die Finger davon, der eine ruft den anderen ein, lass mal die Finger davon. EPL, wo es mir auch ein bisschen recht gibt, weil irgendwann ist es ja an die Öffentlichkeit gekommen und ich glaube nicht, dass er damit überhaupt gerechnet hat, dann spricht das schon von dieser Natur, dass wenn man teilweise so ein Statement, wenn man so eine Aussage im Privaten bringt, ne, über einen anderen Künstler, dass das die Runde machen kann. So. Und so kannst du ungewillt, ungewillt, ne, nicht beabsichtigt teilweise jemanden eventuell vorschatten. Eventuell. So. Glaub jetzt nicht, dass es hier passiert ist, bevor die Aussage von Manuel überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist, hat sich ja vieles davon schon geändert, weil zu einem gewissen Zeitpunkt anscheinend der Glaube war, dass es eine Art Interview mit Eckhardt Schmitz gegeben hat, was es natürlich nicht gegeben hat, da er seit in den Jahrzehnten schon verstorben ist. Sag ich das, dann sag ich dir mal zu, du Wichser, so und so ist das. So und ich werd dich ficken dafür. Wenn ich gegen jemanden was hab, dann ich bin so. Ja. Ich bin nicht hinten sägen, da konspirieren und da machen, da machen. Bruder, ich bin frontal, Bruder. Frontal. Ich fick dich. So. Du hast so und so gemacht, ich fick dich jetzt. Halas, lass mal dieses Fmfm. Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, wenn du so nennen willst. Also, nochmals von hier, ich habe nichts gegen Farid. Gar nichts. Nichts. Okay? Ich plan noch nicht seinen Untergang. Sonst irgendwas. Habe ich nicht. Ich habe nichts gegen ihn. So. Ganz einfach. Ich habe nichts gegen ihn und, ähm, um auf das Thema davor nochmal kurz was anzuhängen. Jetzt können die Leute mir natürlich nachsagen, hör mal zu. So, dann war noch eine wichtige Story in dieser ganzen Podcast-Geschichte und zwar haben sich Dschihad und Manuelsen jetzt, äh, dazu entschieden, Gleichen mit Gleichem zu bekämpfen. Okay? Und zwar eine Story rauszuhauen, wo anscheinend, ich gucke jetzt erstmal, ich gucke jetzt erstmal. Wir müssen uns das gemeinsam reinziehen. Schauen wir mal rein. Eine Sache gemeinsam, okay? Ich ziehe das jetzt auch aus dem Ärmel und schmeiß das auch mal einfach so hin. Bruder, bevor der auf der Couch eingeschlafen ist, ist er auch irgendwann mal vor, bevor der auf der Couch eingeschlafen ist, ist er irgendwann mal irgendwo auf einem Parkplatz auch eingeschlafen. In Frankfurt. Äh, äh, was? Hä? Wie jetzt? Also der soll jetzt vom Farid K.O. geschlagen worden sein? Boah, das kann ich mir ja... Ich meine, das würde doch, da würde Animus doch safe... Ich weiß ja nicht, wie Animus drauf ist, ob es eben bei der ganzen Geschichte bei Manuelsen mehr darum ging, dass es aufgenommen wurde, anstatt dass er wirklich eine gekriegt hat, ne? Vielleicht sah der ja... Kann ja auch sein, dass er das gar nicht so schlimm gesehen hat, dass er von Manuelsen so auf diese Art angegriffen wurde, ne? Und er teilweise mehr das teilweise Online-Stellen nicht respektieren konnte, weil man konnte jetzt anhand seines Podcasts definitiv keine Art der Antipathie gegenüber Farid oder so spüren, also null, ne? Wäre aber schon krass, wenn das zwischen den beiden vorgefallen wäre, dass Farid ihn da K.O. geschlagen hat. Wie? Hä? Was denn? Ja. Okay. Ja, da hat das auch mal einmal Don gemacht und da lag er irgendwo auf dem Parkplatz. Ist er eingeschlafen und ist wieder wach geworden. Deswegen tagt er so ein Groll gegen noch einen weiteren Protagonisten. So. Wie eine, da sind nicht jetzt irgendwelche Sachen jetzt so aus dem Ärmel gezogen, wie er es macht. Ja, ne? Die linke Wange gehört dem einen und die rechte gehört dem anderen. Also ich sag mal so, es gab damals eine gewisse, Farid auch noch verfeindet war gegen Flair, wo Animus noch Teil des Teams von Flair gewesen ist. Da war die Zeit, wo beide noch verfeindet waren. So. Aber ich weiß auch irgendwann mal, ich glaube da waren die Feiern oder so und da haben die auch miteinander gechillt. Also Animus und Farid. So. Ob das jetzt damit zu tun gehabt hat bei dieser einen Geschichte in Frankfurt Parkplatz, dass die sich da gekebbelt haben und danach Frieden gefunden haben, ne? Kann ja sein. Manchmal muss man sich gegenseitig mal ein bisschen auf die Nase hauen, um am Ende des Tages Sachen hinter sich zu lassen. Ne? Das ist auch manchmal so. Ähm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so wie der eine gesagt hat, dass jetzt Animus in seinem Podcast eine Art Antipathie oder hetzerische Kommentare über Farid abgelassen hat. Ich glaube, das kann ich zumindest jetzt nicht bestätigen. Crazy aber. Crazy. Wenn das wahr ist, ist es verrückt. Ich dachte tatsächlich, dass sowas die Öffentlichkeit schon früher erreichen würde. Crazy, crazy, crazy. Okay. Haben wir das Thema auf jeden Fall erstmal. Das war schon mal wichtig. Dann gab es unzählige Instagram-Stories. von Mois, seinem Team. Was wir durchsprechen müssen, denn, denn, es wurde über die Spendenveruntreuung geredet, ob diese stattgefunden hat, was genau der Fall gewesen ist. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. und das ziehen wir uns jetzt alles rein. Ja, hier fängt es an. Okay, wir gehen das Ganze zusammen durch. Liebe Community, ja, es hat eine Veruntreuung gegeben. Das müssen wir hier offen ansprechen. Und die Schuldigen werden auch dafür gerade stehen müssen. Denn dies stellt eine Straftat dar. Da es auch juristische Hintergründe gibt, war es uns leider untersagt, direkt auf das Thema einzugehen und uns haben auch noch Beweise gefehlt. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass wir von Anfang an vorhatten, diese offen zu legen, auch wenn sie sich gegen unseren eigenen Künstler gerichtet hätten. Das war die Abmachung mit Mois, bevor wir das Management angenommen haben. Genau wie dieses Statement veröffentlicht wurde, werde ich auch diesen Post abgeben und es wird jemand anderes, viel kompetenteres den Post übernehmen. Ich bin keine Person der Öffentlichkeit und möchte dies auch nicht sein. Ja, das ist schon mal und ich werde dir komplett ehrlich sein, das ist schon mal ganz, ganz, ganz schlimm. Okay, weil egal in welcher Art und Weise Mois am Ende des Tages da eine Rolle gespielt hat, mitgefangen, mitgehangen. Ne? Und dementsprechend, das tut natürlich am Ende des Tages auch auf ihn zurückfallen, ob er will oder nicht. So, weil in der Situation das Einzige, was ihm da komplett aus der Misere hätte helfen können, ist, dass die Veruntreuung ohne ihn stattgefunden hätte, ohne irgendeine Art und Weise, dass er beweisen kann, dass er nichts damit zu tun hat. Ich werde jetzt mal schauen, ob das der Fall ist. So, das beste Szenario wäre natürlich gewesen, dass das Geld noch da ist, ne? Und man sagen könnte, okay, es wurde nicht ausgegeben, das Geld ist immer noch da für diese Spendengelder, man kann es vielleicht für andere Zwecke jetzt noch benutzen, das wäre eine gute Lösung gewesen, aber ziehen wir uns das weiter erstmal rein. Bitte beinhaltet im Hinterkopf, dass die Vorwürfe bis heute nicht bewiesen wurden und ledig auf einer Aussage von einer Person und ledig von einer Aussage basieren von einer Person, von der mittlerweile bekannt ist, dass ihr die Menschen in der Türkei nicht wirklich etwas bedeuten. Er nutzt so eine Geschichte aus und bewegt sich selbst in Kreisen, die gegen das Betroffene ungerichtet sind. Er meint, glaube ich, Schino und die Tatsache, dass der Vater mit einer gewissen Organisation Kontakte hat. Sein Charakter sollte auch schon bekannt geworden sein und jeder rational denkende Mensch sollte erkennen, dass er das ließ, dass er dies nur für Promo und Geld getan hat. Er behauptet, alles wegen Schulden getan zu haben, gelogen. Auch er hat es nicht aus Mitleid gegenüber von Betroffenen getan, sonst hätte er nicht so lange gewartet. Letztendlich schuldet er Mois für die Kooperation Geld und ist untergetaucht, nachdem seine eigene Fraktion in Schuld zugewiesen hat. Das habe ich auch gehört, dass in diesem Gespräch mit Kurden und Tschetschenen, wo es darum ging, wer hier die Schuld zuweist oder wer hier am Ende des Tages die Schuld trägt, es wurde dann so gelauscht, dass er von Tschetschenen und von den Kurden, die am Ende des Tages ja erstmal an seiner Seite standen, dass die sich sozusagen gegen ihn gerichtet haben und gesagt haben, erstmal nimmst du jetzt die ganzen Videos runter und dann machst du das Video mit Mois. So und dann musste er die Videos erstmal runternehmen. Aber es ist halt nur das, was ich gehört habe. Nun zu der eigentlichen Sache. Es wurden Speltengelder eingesammelt, allerdings muss man hier vorab sagen und das aus juristischer Sicht, dass diese Gelder nicht als Spenden gewertet wurden. Die Gelder, die eingegangen sind, sind Einnahmen und werden dementsprechend versteuert. Am 6.2.2023 waren genau 1200 Euro auf dem Paypal-Konto. Ihr konntet über Mois und Nizel eure Unterstützung dort einzahlen und man sieht, dass am Ende des Tages 16.418 erreicht wurden. Darunter fehlen nicht alle Einnahmen unter die Unterstützung für Türkei. Dennoch hatte Mois vor, alles für die Türkei zu nutzen. Denn das Paypal-Konto wurde generell für die Unterstützung von Mois genutzt. Wichtig, das Paypal-Konto wurde von einem anderen verwaltet. Mois hat diesem eine Vollmacht erteilt. Ich glaube, das ist dieser Pascal und der hat mehrere Firmen hinter dem Rücken von Mois gegründet, auf die er die Gelder immer verteilt hat. In der Zeit vom 6.2. bis zum 11.3. wurden ca. 30.000 Euro generiert. Hier müssen wir uns auf die Aussage der Person verlassen, die uns leider keine Zugänge zu den Auszügen gewährt und wir werden hier bzw. haben schon Weltanwälte eingeschaltet. Das haben wir mit Veruntreuung gemeint. Für den ganzen Februar wurden 52.000 Euro generiert. Hier ist anzumerken, dass Mois täglich mit seinen Videos schon 1.000 bis 3.000 Euro generiert hat. Das heißt also nicht, dass dieses Geld von den Spenden stammte. Er war bereits nach Deutschland zurückgereist, als diese Summe dann das Resultat des Ende des Monats des Februars war. Ja, die Frage ist halt, sind diese Konten anscheinend, sind diese Konten Konten, wo Paypal-Konten, wo Mois sein Gehalt überwiesen hat? Weil hier wird ja darüber geredet, dass die Summe sich auch daraus bildet, Video-Einnahmen. Das heißt, dieses Konto müsste, oder dieses Paypal-Konto müsste auch ein Konto sein, wo das Gehalt überwiesen wurde. Weil dadurch bildet sich ja diese 50.000 Euro. Weil man ja sagt, diese 50.000 Euro, davon ein Bruchteil ist von den Spenden gekommen, sei es 16.000 Euro. Dies müsste man aber beweisen können. Und das Beweisen wird denen jetzt nicht zugelassen, ne, von dem Typen, der denen keine, am Ende des Tages keinen Zugang gewährt. Gehe ich mal stark von aus. Schwierige Situation, wenn die jetzt beweisen können, dass am Ende 16.000 Euro das ist, was die Spenden waren. Weswegen aber auch dann, aber auch so eine Sache, wie dumm kann man sein, das Gehalt sich von, das sind Sachen, wo ich, da werde ich Mäusen niemals verstehen können. Das ist so banal, das ist, es tut mir leid, dass ich sage, aber es ist wirklich dumm, wie der Leuten sein Geld einfach in die Hände gibt, seine Uhren, und all das, das ist geisteskrank. So, dass er einfach sein Geld auf einem fremden Konto überweisen lässt, ist fucking insane. Und das sind halt die Problematiken, weswegen es so schwerfällt, sich von seiner Schuld frei zu reden, weil er einfach nicht an die Informationen kommt, die von großer Wichtigkeit sind. Nun die Frage, wenn das Paypal-Geld nicht für die Türkei genutzt wurde, woher stammt denn das Geld von Mois, welches dort ausgegeben hat? Mois sagt im Video, er hat 1.200 4 Konten eingerichten, 16.000 16.000 16.000 Nun die Frage, wenn das Paypal-Geld nicht für die Türkei genutzt wurde, woher stammt denn das Geld von Mois, welches dort ausgegeben hat? Mois sagt im Video, er hat 100.000 Lira, circa 12 Minuten, er hat um die 26.000 Euro Bar mitgenommen und wurde vor Ort immer und vor Ort wurden immer, sobald es möglich war, Bar-Abhebungen gemacht, circa 13 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, okay, auch wäre der Zeitraum zu kurzfristig gewesen, um das Paypal-Geld bar in der Türkei mitnehmen zu können. Dort kann man so eine Summe einfach nicht abheben. Außerdem hat Paypal das Konto auch gesperrt. Die Gelder wurden bar ausgegeben, im Nachhinein wurde auch Geld an Organisationen überwiesen, hier wissen wir weder Namen noch haben wir Screenshots oder ähnliches. In Minute 35, 45 hat Mois die Befürchtung, dass sie zu viel Geld mitgenommen hatten, aber dann war das Geld sogar noch knapp. Schiene musste auch hier selber in die Tasche greifen, wie er selber zugegeben hat. Okay, 52.000 Euro. Nur Bar-Geld, nur Bar-Zahlungen sind möglich. 38, 38 Minuten sieht man, wie alles bar gezahlt wird und jeder von dort kommt, weiß genau, man kann nicht mit Karte zahlen in dem Gebiet, außer wenn die Automaten Geld haben, Geld abzuheben, war nichts anderem mit EC-Karte möglich. In Minute 1 Stunde 7 wird gesagt, dass ein Pascal sogar das Sparschwein seiner Tochter plündern musste, um das Geld nochmal nachzuschicken. Wir betonen, nachdem wir nun alles offengelegt haben, was uns vorliegt, wird es keine weitere Äußerung oder Erklärung mehr dazu geben. Es hat keine Spendengeldveruntreuung gegeben, sondern eine Veruntreuung von Vermögen. Das Geld, was auf dem Paypal war, wurde später durch das Finanzamt gefendet. Ah ja, das wollte ich nämlich vorhin ansprechen. Da muss ich tatsächlich sagen, das Deck, das könnte sich tatsächlich mit einer der Aussagen von dem damaligen Videodecken von Mois, wo er ja gesagt hat, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, ne, das Finanzamt, äh, einer seiner Gehälter, ne, was ein höherer Betrag gewesen ist, gefendet hat. So, warum? Weil das Geld stand ihm nicht vor, sondern das Geld wurde immer seinem Dings gesendet, seinem, ähm, wie nennt sich der, seinem sozialen Netzwerk. So, und da haben sie sich ja auch verkracht, weil der, der Typ, der das soziale Netzwerk hat, hat ihm sozusagen die Erlaubnis gegeben, das zu fänden, ne, und hat das Geld nicht an Mois ausgezahlt. So, er hatte, glaube ich, die Möglichkeit, das Geld an Mois auszuzahlen, hat es aber nicht gemacht, sondern hat es einfach, äh, ja, dem Finanzamt, äh, übergeben, weil er natürlich nicht in rechtliche Probleme geraten wollte. Das ist ne Sache, die könnte tatsächlich passiert sein. Alles, was uns hier vorliegt, sind Screenshots von dem Handy von Mois, da sich der Verwalter des Paypal verweigert hat, uns die Auszüge zur Verfügung zu stellen. Wir blenden einige Auszüge aus dem Chat ein, juristisch ist es allerdings schlau. Wieso sollte er uns Beweisen zukommen lassen, die belegen, dass Mois Geld veruntreut hat? Wir haben ihn damit konfrontiert und selbst er gibt zu, dass es keine Spenden Geld veruntreuen gegeben hat und sie sogar alle aus der eigenen Tasche gezahlt hätten. Dass er weiterhin Gelder von Mois darauf bekommen hat, die er Mois verheimlicht hat, da dieser ganz andere Probleme hatte, wegen diversen Attacken gegen ihn, worunter auch seine Familie daran fiel. Dann hat er verheimlicht und angegeben, er hätte Insolvenz angemeldet und würde alle Firmen auflösen. Kann man jetzt nicht wissen, was für ne Nummer das ist bei einem Respekt. Was ist ja so, wenn die Kontoaktivitäten in unserem Museum regelmäßig überprüft bei der Prüfung haben Kürsie ein Problem mit ihrer Transaktion festgestellt. Das ist noch keine Sperrung. Das ist noch keine Sperrung, aber die kommt jetzt. Ja, das ist ne Sperrung. Wir haben Kürsie auch mit Maslow im Endokontor. Warum haben wir ein Konto eingeschränkt? Ja, das Problem ist, so wie ich Paypal kenne, müssen die einfach nur die Hintergründe haben, von was jetzt das Geld kommt. Das heißt, zum Beispiel, wenn du jetzt angibst, ich habe jetzt hier ein Konto aufgemacht für Spenden. Ich glaube nicht, dass Paypal generell sowas gegen hat. Wenn aber Paypal sieht, dass jetzt innerhalb eines Tages sich so eine Großsumme wie fünfstellige Beträge aus mehreren, nicht aus einer Transaktion, bei einer Transaktion würden die ich nicht machen, bei mehreren, da sind ja über hunderte von Spenden reingekommen, dann sperren sie den Account, weil sie eventuell von Geldwäsche eingehen. Es gibt auch gewisse Geschäfte, Geschäftsarten, die auf Paypal verboten sind. Dann sperren sie das erstmal und man muss dann halt anrufen, man muss dem Papiere schicken, damit sie halt das Konto wieder freigeben. So, mit dieser Kante konnte er Gelder bekommen. Okay. Ja, 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 diese sind Passgeld, genau. Ich habe Mäus bereits geschrieben, Paypal verhält sich wie eine Bank. Man kann nicht einfach Auszüge herausgeben. Das würde sowohl mich als auch euch strafbar machen. Aufgrund des Datenschutzes des Nutzer könnte das zu einem Internationsskandal führen. Wenn die alle schwärzen würden, würde jeder sagen, das bringt keinem was. Ich sehe schon die Schlagzeile, Mäus liegt tausend Nutzerdaten von Paypal. Ich würde die Auszüge erstmal in erster Linie für mich benötigen, da wir genaue Summe kennen müssen. Dafür muss ich jetzt schwarz auf weiß bekommen. Und es wäre kein Problem, die Auszüge zu zeigen, wenn wir vorher alle bitten, uns anzuschreiben und eine Genehmigung zu schicken. Außerdem, die Namen auch schon oft im Video sind. Ich will die Auszüge bis morgen, wenn sowas gehört in sich in dieser Situation und jeder sollte gerade stehen für seine Fehler. Bloß, weil wir das Management machen, heißt das nicht, dass wir eine Veruntreuung gerade biegen und lügen oder Sachen fälschen. Das wird juristische Folgen haben. Drohst du mir? Ich kann morgen direkt zur Polizei gehen. Ich bin da ganz einfach. Ey Leute, ich habe das Gefühl, dass manche dieses Drohending auch so mittlerweile als Taktik verwenden. Drohst du mir? Drohst du mir? Leute, das ist keine Drohung. Das ist keine Drohung. Das ist am Ende des Tages zu sagen, das ist eine Konsequenz. Wenn du am Ende des Tages zwischen euch eine Problematik gibst mit Geldern und sowas und du sagst, es wird juristische Folgen haben, warum willst du zur Polizei was willst du denn sagen? Der wird mich anzeigen oder was? Das ist keine Drohung. Also die Leute haben tatsächlich noch wirklich in ihrem Leben keine richtige Drohung gehört, um den ganz klaren Unterschied zu merken. Das hört sich ganz anders an, Leute. Bitte. Hochschwangere Frau, trotzdem schicke ich euch die Informationen, die eigentlich jeder finden und sehen könnte, um die Angelegenheit mit euch zu klären. Wo hilfst du bitte? Warum soll ich dir einen vorgegebenen Text von seinem Account ausschreiben, wenn du bisher derjenige bist, der die Auszüge zurückhaltet und nicht preisgibt? Du hast einfach Dreck am Stecken und wir kennen nun die benauen Beträge. Es belegt, dass die Gelder in der Türkei angekommen sind und der Rest nun eine juristische Angelegenheit zwischen dir und Mois und ganz einfach. An dieser Stelle blockiere ich dich auch, weil ich echt keine Nerven mehr für Lügen über Drohungen habe. Ja, ich fordere auf, aber wo wurdest du bitte bedroht? Es ist heutzutage schon eine Drohung, wenn man Menschen auffordert, das Richtige zu tun, lächerlich. Und hör bitte auf, deine Familie damit reinzuziehen. Das ist traurig. Wie soll ich mich in sein Konto hacken? Und wieso soll ich das tun, wenn er mir sogar noch Geld schuldet, weil ich das für die Türkei bezahlt habe? Wieso schreibt Mois mir eigentlich nicht selber? Also auch doch schon davor. Pascal, bist du eigentlich klar im Kopf? Du hast gestern selber geschrieben, dass du alles gemacht hast und an die Anzeuge nicht rankommst, weil der Account eigentlich gelöscht ist. Jetzt hast du eine ganz andere Story. Es geht hier um Menschen, die ihr Leben verloren haben. Ich komme aus diesem Gebiet und werde alles offenlegen, selbst wenn es Mois zerstört, wenn er damit zu tun haben sollte. Es ist offensichtlich, dass er nicht alleine machen konnte, weil er alles über dich lief. Das musst du mir erklären. Es sieht so aus, als ob du da einiges mehr auf dein Papier ankam, als von dir angegeben. Du stehst in der Pflicht, diese Auszüge rauszugehen, damit Menschen endlich die Wahrheit erfahren, Pascal. Es geht hier nicht mehr um Management, sondern um Menschlichkeit. Und bei sowas sollte jeder dafür gerade stehen. Es kommt so oder so irgendwann raus. Ich komme selber aus der Region und betriffe mich selber. Also frage ich dich, was ist mit diesen Geldern am Ende passiert? Wie viele davon bekamen durch Spenden und wie viele durch die normalen Videos? Wieso behaupten alle, es seien 110k? Zugegeben, ich wurde sehr emotional und wütend, aber ich bin selber aus dem Gebiet und habe Familie, die betroffen war. Daher ist es für mich etwas Persönliches. Und wenn man sieht, dass einer sich aufspielt wie ein gesetzkonformer, aber in Wirklichkeit auf das Leid dieser Menschen scheißt, dann werde ich nicht den Ruhigen gegen spielen, denn das bin ich nicht. Das Fazit unseres Statements ist, dass es gab eine Veruntreuung, aber die Gelder für die Türkei sind in doppelter Höhe mindestens angekommen. Das Vermögen von Mois jedoch wurde leider von dieser Person veruntreut. Seine Situation wurde ausgenutzt, da er nie eine eigene EC-Karte auf seinen Namen haben konnte. Da es ihm nicht möglich war. Ihm wurde mehrere Partnerschaften zugesagt, aber immer wieder wurde er mit Geschenken entlohnt oder die Kunden anderer ausgezahlt. Das ändert sich aber und ihr könnt gespannt sein auf das, was nun kommt. Er wird Videos für euch drehen und auch live kommen, denn er ist raus. Und möge Allah ihn für diese Gute reichlich belohnen. Es ist traurig, dass man so etwas ins negative Licht gerückt hat. So, dann Mois selber hat sich heute nochmal gemeldet. Schauen wir rein. Assalamu alaikum. Ich habe mein Handy wieder und ich bin Alhamdulillah wieder raus. War keine schöne Zeit mit tausend Gedanken, aber Alhamdulillah für alles. Man schätzt die Zeit dann mehr. Ich danke meinem Management, der hier, wie ich gesehen habe, auf jeden Krampf versucht hat, mich zu retten. Zu den ganzen Sachen wurde genug gesagt. Jeder, der immer noch etwas glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen leider. Ich bin Content Creator und dieser Gossip Shit wird genau hier aufhören. Ich werde jetzt noch ein paar Tage mit meiner Familie verbringen und genießen, weil ich sie sehr vermisst habe. Und danach wird mich leider nie wieder jemand hier aufhalten können, Jungs und Mädels. Ich hätte nie rauskommen dürfen. Küsst eure Herzen für jeden, der sich Sorgen gemacht hat um mich und ihr, der ein gutes Wort über mich verloren hat. Von Nebel bis Barello, Sofjan und Hu. Danke auch an alle, die an mich geglaubt haben. Ab heute könnt ihr glauben, was ihr wollt. Auf YouTube wird noch ausführlich einmal alles mitgenommen. Aber erstmal ein paar Tage chillen, meine Blaze. Ich wünsche euch, ich wünsche jedem eine schöne Zeit heute. Salam alaikum. Eine sehr, sehr, sehr komplizierte Situation, okay? Es ist eine sehr komplizierte Situation, weil man hier klar und deutlich sagen muss, die wichtigen Informationen, an die kommen die Jungs nicht ran. Und Mäus von allem freizusprechen, dafür brauchen die die Informationen. Man muss klar und deutlich erkennen, klar und deutlich die Zahlen kennen. Das sage ich, wie viel wurde gespendet, was ist Mäus Gehalt und wie viel wurde letztendlich in der Türkei ausgegeben. Wenn man das klipp und klar am Ende des Tages offenlegen kann, dann ist die Diskussion relativ kurz gehalten. Aber man muss natürlich hier sagen, dass eine Person sich sehr merkwürdig verhält, sehr verdächtig verhält und das ist Pascal. Pascal ist der, der zur Zeit die Informationen, die man für diese Angelegenheit braucht, nicht herausgeben möchte, damit man klar und deutlich sagen kann, was hier passiert ist. Und das lässt nur vermuten, dass hier Sachen nicht mit richtigen Dingen abgelaufen sind und dass Pascal in irgendwelchen komischen Geschäften involviert ist und er nicht möchte, dass das rauskommt. Okay? Wenn man hier einiges offenlegen wird in einem YouTube-Video, dann werden wir uns das nicht nur reinziehen, sondern auch ganz andere Parteien werden sich das reinziehen, wodurch vielleicht der ein oder andere in Probleme geraten könnte. Versteht ihr? Und da muss man tatsächlich sagen, auch wenn ich jetzt hier noch nicht 100% sicher bin, ich kann nur sagen, dass Mois sich sehr dumm verhalten hat in den letzten paar Monaten und Jahren. Das ist ein großer, großer Schuldanweis, den ich ihm machen muss, dass er sehr, sehr unverantwortlich mit den ganzen Sachen umgegangen ist. Das muss ich hier einfach sagen, dass er das Ganze über andere laufen lassen hat, Verantwortung an andere gegeben hat, sich in Sachen reinreden lassen hat, wodurch er in Probleme geraten ist. Das ist seine Schuld. Er ist ein erwachsener Mann und er muss wissen, was am Ende des Tages er macht. Glaube ich jetzt, er hat die, glaube ich, kann man hier erkennen, dass er abgefuckte Intentionen hatte, dass er komplett verantwortungslos mit dem Geld umgegangen ist. Das glaube ich jetzt erstmal nicht, weil vieles von dem Geld wurde eingefendet. Und das tut sich tatsächlich mit dem Aussagen aus seinen damaligen YouTube-Videos decken. So. Aber wir müssen natürlich damit, wir mit einer hundertprozentigen Sicherheit hier sitzen können und sagen können, ja, das ist so gewesen, brauchen wir diese Kontoauszüge, wir brauchen die Datei, wir brauchen, weil da wird alles drinstehen. Da wird auch stehen, was das Finanzamt gefendet hat. Da wird einiges drinstehen. Und ja, wenn man nicht Besitz des Kontos ist, kann man sowas nicht zeigen. Deswegen, ich bin mal gespannt am Ende, was am Ende des Tages nochmal als Video kommt. So. Ich finde es aber trotzdem cool, dass das Management sich so viel Mühe gegeben hat, da das Ganze aufzuklären. Und am Ende auch teilweise, man hat auch gemerkt, glaube ich, dass die bereit waren, teilweise Mois auch in den Scheiterhaufen zu legen, wenn er tatsächlich wirklich aktiv veruntreut hat. So. Ich würde einfach sagen, wir warten, bis das Video von Mois nochmal rauskommt und das Ding uns nochmal reinzuziehen. Und das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. Peace.